Diese Weihnachten änderte sich so einiges. Auch Thomas Müller stellte sich diesen Veränderungen. Was für ein cooler Schlitten. Aber meiner ist auch nicht schlecht. Und war mit einigen davon sogar sehr einverstanden. Deshalb beschloss er, Tore für den Augenblick Tore sein zu lassen und selbst Kindern in Not ein Geschenk zu machen. Sein Ziel? Die Nicolaides Young Wings Stiftung. Die Kinder waren von Thomas' Geschenken begeistert. Matchday für die kleinen Müller-Fans. Doch die Arbeit für Thomas und seinen Schlitten war noch nicht getan. Denn die Feiertage kommen schneller als man denkt.